herzlich willkommen zurück zum zweiten teil von sackboy a big adventure ich war so schön ich habe so ich habe ein bisschen zur seite gespielt alle machen jetzt das was ich gerne jetzt machen würde was denn die schaum phoenix abflug im hochland die erste flugstunde wir brauchen die teekamme ich kann mich immer noch nicht das ist nicht schlimm hier ist ein partner level und da ja da würde ich ja gerne hinlaufen auch wenn ich keine partnerschaftslevel mit dem machen möchte ich auch nicht ja wenn du mich geschlagen hast schlage ich immer zurück ich hasse partnerschaftslevel habe ich ja ja so habe ich gesagt dass ich die hasse immer gucken ich dachte schon das ist scheiße immer dadurch der jetzt kaputt geben weil du dich nicht unter kontrolle ist also ich kann ja gar nicht werfen sagt das doch haben wir nicht das zeug nicht mehr da oben ist das zeug nicht mehr da hinten wo dieses ding ist ja was machst du immer ich hab nichts gemacht muss schon ein bisschen mithelfen wie kommst du jetzt aber selber machen ja aber warte mal ich werde ich jetzt dann ich habe das doch ich kann nicht doch jetzt auch hochwerfen nein ich wirst du nicht mich wird es kommen jetzt her wie kann ich mir mal werfen so mit rechts unten also festhalten ich hab dir sogar die dinger da gelassen ja so gnädig von mir ich hab ja auch den kopf im honig drin warte mal was war das denn kann man da rein ich weiß was ich machen muss ja ich darf nicht darüber gehen und ich darf nicht den mund öffnen beim sprechen weil sonst könnte eine fliege warte mal das ding hat aber eine bewandte ich muss also die er geht und macht nur mal auf ich dachte dass wir so eine röhre pumpen hoch gehen kann aber die werden ich kann ja nicht hier rüber gehen nicht hoch okay ich bin jetzt gegrillt also wir müssen durch die röhre weil die röhre ist zu da kommen wir auch nicht hoch er muss jetzt da ganz runter um mich wieder zu hoch wie weit ist denn da guten tag ich bin wieder da und nein dieser bisschen nicht blaue haare ich bin ja die ganze zeit um so liegen aber da ist auch nichts warte mal oder gucken ob eine ja komm mal her komm mal her rüber werfen da müssen wir beide uns so drauf stellen siehst du ich kenne die guten alten arkade spielen aber hier guck mal da ist das eis das will ich hau mal da hast du sonst noch irgendwelche probleme kommen da nicht raus dass ich überroll dich einfach so aber so besser ich will aber nicht da hoch den unteren ja aber der könnte ne der ist gut ach so jetzt kann ich da runter allein stoppen ich will das kaputt muss und da kannst du drüber springen rüber nicht drauf springen den schalter machen genau hallo ich war überhaupt gar nicht in der nähe du kleines die dinger muss einmal anmachen du klebst so fest dass du gar nicht so schnell laufen kannst ja aber das ist doch ein potting die porten doch da ist eine chipkarte oder sowas tada da bin ich ich kärber wieder rechts rum weil das ist besser sterbe ich nicht vielleicht ach kann das sein dass wir die dinger brauchen da unten schieberegler hier wieder siehst du klaut der mir alles warum kann ich das ding nicht nehmen ich habe auf das teil geschlagen nicht auf dich das hat man genau nicht geschlagen da da ist er die nicht geschlagen habe warum bist du denn jetzt darunter geflogen jetzt ohne scheiß du mich gekillt hast du nein ich habe auf das ding geschlagen gerade ich habe so gemacht frauen bringen immer die männer um warte mal hier oben ist da irgendwas schau mal komm doch mal zurück da oben ja lass mich doch erstmal einsammeln schieb mich mal werf mich mal da hoch da kommst du aber nicht weiter kann man dich jetzt auch mal nehmen warte mal irgendwas ist aber nicht hoch das kommt mal näher ran da ist was gewesen gerade kannst du den auch hochwerfen ja und dann kann ich dich annehmen guck mal der guckt da ja da ist doch nichts was willst du denn das sag ich dir doch die ganze zeit da ist doch gar nichts ey dass der nie mein glaubt ey gehörst du auch nie auf mich müssen wir da jetzt einfach so alle unten schalten Hilfe nicht mit dem Epi alleine lassen ich will nicht nach unten und das ist immer gefährlich vor allem mit dir da oben ist nur zusammen zusammen ist immer blöd musst du mitnehmen nicht nur antäuschen da musst du in die Dinger reinlaufen oh aua was ist das denn kann man dagegen hauen hier aua danke was hast du denn gemacht ich kann nicht grillen warte 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 ich mach es langsam ich kann nicht grillen ja mach ich komm nicht weiter es geht nicht warte mal ja danke du hast mich extra gekillt nein natürlich nein du bist auch nicht ich doch nicht natürlich nicht du musst das erstmal nach ganz zur einen Seite drehen glaube ich weiter 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 du hast gesagt du bist dann du konntest nicht hä du hast nicht so schnell du hast gesagt du konntest nicht aufhören warte ein bisschen ein bisschen ein bisschen nicht zurück wie rum jetzt warte mal gib mal ein Stück war es andersrum weiter weiter zurück 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 ein bisschen ich muss hier raus ich muss hier raus Das deshalb hast du die hier jetzt auch genommen, ne? Nein, ich wollte dich eigentlich nur aufheben. Ich hab so spät gesehen, dass die Dinger da waren. Ach, scheiße. Aber was machst du? Nee, das war jetzt die falsche... Nee, das war die richtige. Hallo? Was machst du da? Bleib doch mal stehen. Nein, ich will nicht mehr. Was machst du? Du musst auch springen. Ja, mach doch mal. Nein. Jetzt wirfst du mich richtig. Du wirfst mich nicht richtig. Nein, du bist nicht fähig zu springen. Das ist das Problem. Das ging nicht. Jetzt konnte ich es nicht festhalten. Mach es doch mal richtig. Lass mich nicht mal daran werfen. Oh, komm mal, ey. Du kriegst das mit dem Springen einfach nicht hin. Das musst du ja machen. Nee, du musst springen. Ich muss dich nur werfen. Nein, jetzt. Aber du musst springen und festhalten. Dann wirf mich doch mal. Wirf mich doch bitte mal. Ja, dann mach es doch endlich mal. Jetzt lass mich mal. Jetzt mach mich mal, ey. Du bist so blöd. Du kannst das einfach nicht. So, jetzt habe ich vergessen, festzuhalten. Guck mal, ich kann das immer machen. Nee, jetzt habe ich aber nicht vergessen. Das hat nicht geklappt jetzt. Oder kann man nur den machen? Warte mal, nimm den mal. Nein. Vielleicht muss man das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Das ist eine Binärformel, aber trotzdem musst du das nicht nach der Reihenfolge machen. Ich kann, das ist doch rechts unten zum Festhalten. Nein, das ist doch der Große. Oh, ach. Ja, rechts unten. Ja. Ja. Aber ich kann mich nicht festhalten. Oh. Jetzt. Geh weg. Ist meine. Wieso? Hä? Wieso habe ich dich jetzt in der Hand? Weil du bist scheiß wieder, ey. Was ist das denn? Mann, du musst richtig abwerfen, mich. Ja, toll. Warte, du kannst nämlich nicht festhalten. Genau das meine ich nämlich. Siehst du? Ja, weil du mich zu hoch wirfst. Das sind alles so dumme Ausreden hier. Geh mal weiter da hin. Ich steige auf dich drauf. Boah, sag mal. Ich bin immer zu hoch. Du musst mich... Geh mal näher ran. Werf mich mal näher ran. Ja, was war das denn? Du hast gecheatet. Du hast gecheatet. Du Drecksack. Wieso ist denn das eine eigentlich jetzt hell und das andere nicht? Ja, naja. So. La, la, la. Wir stellen derzeit schon mal die Dinger hoch. Yeah. Mach den Beat an, Baby. Oh. Moment, Moment. Du musst oben rum. Du musst oben rum. Ja, du. Lauf doch nicht die ganze Zeit hier rum. Schnell. Mach wieder auf. Mach mal auf. Komm ja nicht hin. Ich sterbe. Lauf, 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 lauf. Wieso ist die so langsam? Oh, ey. Hallo, ich komme nicht rein. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Oh, das ist irgendwie voll komisch, so von den Perspektiven. Ja, da bin ich aus Versehen drauf. So nicht, mein Freund. Nee, nee, so nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. Oh, du kleiner Penner, du. Ich fress. Du kleiner Penner. Ich hab den Kelch. Äh, ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt einen Break. Nein. Wir haben noch 20 Minuten. Ja, aber ich muss kurz wohin. Oh, der Epi muss kurz stollern und wir sind direkt wieder da. Ja, genau. Sag das nochmal. Tada, tada. Tada, der Epi ist wieder da. Du musst das von dir aus sagen, nicht, wenn ich das so sage. Was denn? Hm. Tada, der Epi ist wieder da. Er hat's versaut. Boah, ich kann mich wieder nicht bewegen. Da ist die Teekanne. Dann geh ich schon mal alleine rein und mach mir ganz viele Teesachen. Die Tanne, die kann er eigentlich treffen, nicht ich? Ich kann ja eh noch nichts kaufen. Warum? Zeit, Gas zu geben. Aber ich kann nicht. Auch nicht das wieder, wie ich... Ach so, nee, das war... Ach so. Ich dachte gerade, das wäre das zu kaufen. Das kriegen wir doch wieder nicht hin. Doch. Ja, wie machst du das? Zum rechten Stick. Mhm. Na super. Hallo. Was macht ihr jetzt hier? Nein, ich bin nicht da hoch. Som-Som ist schwer beeindruckt von deiner Leistung. Ich, ich bin Som-Som. Nicht vergessen. Oh, die Zeit, sie verfliegt. Na danke, dass du mir das gesagt hast, ey. Hallo, das wissen wir doch. Nur letztes Mal hat das nicht geklappt. Da stand ich da drauf und ich konnte das nicht bewegen. Du konntest das ja auch nicht bewegen. Ich weiß nicht, was da verpackt war. Weil du mich geschlagen hast. Sag mal, was waren das denn für Wuschel, die du da unten zwischen den beiden Dingen hattest? Meine Wuschelspitzen. Ähm, wir können noch mal zurück, oder? Nein. Nie wieder. Ach du Schande. Warum? Ich will auch nie wieder mit dir. Oh. Ja, vielen Dank. Ja, du haust... Wieso gehst du... Kommst du nicht raus? Du haust mich, ich hau zurück und dann beschwerst du dich, weil das Ganze ein bisschen glückgelaufen ist. Da! Wuhu! Oh! Fahr... Fahr... Äh, spring! Flieg! Warum kann ich nicht zur Seite fliegen? Kann ich damit fliegen? Ich kann nur in der Luft stehen. Was ist das? Festhalten, A. Festhalten, A und nach... Und ganz normales Fliegen. Nein! Nein, du hast es weggemacht. Ja, so wie du gerade. Mann. Ich brauch doch das Teil da oben. Ja, dann hättest du es holen müssen. Wie gesagt, ich kann damit nicht fliegen. Ich bin direkt kaputt gegangen. Mein A festhalten. Hä? Wieso geht das jetzt? Wieso ging das gerade nicht? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich hab uns das Zweier gerettet. Ich komm nicht da hoch. Ich bin auf der anderen Seite. Scheiße. Ja, ich komm da nicht hoch. Keine Ahnung, wie ich da hochgekommen bin. Ich kann aber nicht. Warum geh ich mit dir genau da runter? Komm nicht hoch. Komm nicht hoch. Aber ich hab das Ding unten bekommen. Schieß, schieß, schieß. Schneller, weiter, weiter. Und dran festhalten, den dran. Wie ging das zum A und andere Taste? Ja. Das ist aber auch anders. Das war schon das erste Leben, den er gekostet hat. Mann, was ist das? Nein, wieso hält die sich nicht fest? Achso. Du musst die Taste festhalten. Das ist doch auch die große. Was, was, was? Ja, die rechts unten ist das. Nein, ich bleib hier hängen. Wieso bleib ich hier hängen? Äh, ich komm. Achso, wir müssten unten durch. Du musst unten die. Achso, ich bin noch da. Ja, weil ich dich gerettet hab. Nimm die andere. Das ist aber die gleiche. Ja, nimm die trotzdem. Weil ich jetzt eben aus Versehen auf deine Seite drauf gesprungen bin. Deswegen. Oh Gott. Machst du immer noch nicht durch. Du gehst immer auf meine Seite. Du gehst immer auf meine Seite. Also erstens war das schon immer meine Seite, wo ich drauf schlafe. Da hat sich nichts getan. Hallo. Wie schlägst du mich? Findest du? Kriegst du das Ding? Oh. Nimm das Große, nimm das Große. Oh, pass auf. Lauf, lauf, lauf. Nee, ich schweb am besten. Springen, was auch immer. Unten drunter, unten drunter. Lass mich auf. Nein, da ist irgendwas. Ich bin tot. Was war denn da drin? Irgendwas? Ich muss ja in den Kisten. War was. Ich muss immer aufpassen. Ach, wieso springt sie nicht? Aua. Okay, die kann nicht endlos lange fliegen. Ich hab's vergessen. Hä? Wo bist du denn? Ja, ich bin gerade mit dir am Spielen. Keine Ahnung. Warum spielst du mit mir? Weil ich mich nicht mehr finde. Schieß, schieß, schieß. Da bist du doch. Nein. Nein, ich wollte hier unten hin. Hä, was soll das denn? Da ist doch so eine Kugel. Ich denke, da kann man sich dran festhalten. Nein. Achso, ich war noch nicht tot. Ich bin doch blöd. Warum bin ich denn da? Ich hätte noch auch weitermachen können. Also, ich warte. Nein. Sag mir doch mal, wie immer unten rechts. Mach ich die ganze Zeit. Ich versteh's nicht. Wie unten rechts. Nicht die Ahnung. Warte mal. R2. Ja, ich spiel's nicht. Ich spiel's nicht. Scheiße. 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 Das war nicht gut. Wieso geht das jetzt und dann? Ja, ich komm nicht mehr hoch. Ja, das ist total scheiße. Das reagiert nicht richtig da hinten. Mann, was ist das? Och, komm. Man muss wirklich dran sein, sonst kriegt man das nicht. Ja, das ist richtig scheiße. Er hat sich das ausgedacht. Irgendwelche bösen Leute. Nein, ich hab losgelassen. Weil, ich, pass auf, ich bin, ich bin drunter. Oh. Oh. Was machst du da? Ich versuch hier rüber zu kommen und dich zu holen. Oh. Aua, wo kommt denn her? Links war noch ein. Scheiße. Oh, da unten fahren. Oh, ne. Rechts unten. Nein. Flieg, 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 flieg. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Oh, Gott. Oh. Scheiße. Das ist am Ende, oder was ist das? Nee. Nein. Doch. Oh. Das war aber kein schönes Level. Nee, nee. Nein, das war nicht schön. Kein schönes Level. Aber ich hab's überrägen gemeistert. Guck mal, mit dem Outfit. Was ist das überhaupt? Ja, das ist es. Aua. Das macht die... Siehste? Das war ein Flug. Ich bin jetzt Superman. Super, super Sektboy. Äh, ich kann mich wieder nicht bewegen. Soll ich dich bewegen? Ablösen. Wex ist hier draußen im All gut geschützt. Du wirst mehr Träume... Wir haben nur 100 Tipps, wir müssen noch mehr machen. Guck mal. Achso, da oben siehst du das. Okay. Nee, das... Partner haben wir... Warte mal. Nee, hier, das haben wir noch nicht gehabt. Das ist das Partner-Level. Hallo. Recht Zwischenstand, da haben wir doch... Ja, da haben wir doch drin. Achso, stimmt. Das ist ja das... Äh... Weil du falsch rumläufst. Warte mal, hier unten geht es doch auch irgendwie runter, ne? Komm mal hin. Ja, guck mal nach unten. Ja, geh mal an den Rand. Sollen wir das nochmal probieren? Was war denn das? Ja, wir haben nur eine einzige Kugel. Förderband-Salat, das hört sich nicht gut an. Nee, warte mal. Stopp, wir sind doof. Da hinten das Ding haben wir doch noch nicht. Das sind die Prüfungen, das weißt du. Ja, aber die... Wahrscheinlich bringen die uns am meisten Dinger, ne? Wir bringen die uns überhaupt irgendwas? Ja, mir nix, außer Frust. Aber hier. Nee, aber bringen die uns... Naja, doch Kugeln, ne? Achso, da haben wir schon einen. Oh, das erinnert mich an so ein uraltes Spiel. Das war was mit Yetis und Pinguine. Oh, oh. Auf die kann ich aber gut und gerne verzichten. Das haben wir doch schon gemacht, oder? Nee, hier war kein Dings. Kein Bild. Aber das sieht genauso aus wie das eine. Pass auf. Es ist genauso. Warte mal, rechts, rechts, rechts. Die ganze Zeit holen. Und springen. Ja. Nee. Der war doch eindeutig da drauf. Nee, du bist da zu... Würdest du mich veräppeln? Ich nicht, aber das Spiel vielleicht... Ey, sag mal. Ach, nee. Aua, springen wir nicht auf den Kopf rum. Nein, ich bin tot. Jetzt teilen wir ihn einmal weg, bis du bist tot. Oh, komm. Geh da bloß nicht hoch. Boah, ey. Kriegen wir jetzt dafür wirklich was? Hallo. Ja, man soll eine Kugel kriegen, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt bekommen, wenn wir Gold haben, oder was. Ah, nee, bei... Ach so. Es gibt zwei Kugeln. Aber zwei nur. Naja. Ich meine, das musst du wahrscheinlich dann so oft machen, bis du die Scheiße da zusammen hast, oder was? Guck mal, wie böse du guckst. Du bist echt böse. Das wusste ich schon immer. Nein, ängstlich habe ich geguckt. Und ich bin nämlich immer fröhlich. Ja, träum weiter. Äh, warte mal. Können wir denn überhaupt noch eine machen? Oder? Ja, dass wir mal gucken, ob wir da noch eine... Aber ich glaube, die werden pro Level dann nur freigeschaltet, oder? Sieh mal an! Du holst Silber! Ne, hä? Sehr gut, wirklich! Hä? Was machst du hier? Ach, ich stand hier oben. Ja, dann haben wir die wirklich schon gemacht. Wir mussten da unten hin. Ich seh nicht, was du machst. Ich seh überhaupt nicht, was du machst. Ich muss hier warten auf den Hostie. Dann würde ich aber erst mal sagen, dass wir hier erst mal einen kleinen Cut machen und dass wir genau hier in der nächsten Folge wieder weitermachen. Dass wir da gucken, dass wir irgendwie noch... Aber warte mal, 117 Punkte? Die hatten wir doch vorher auch, oder nicht? Ja, da ist nichts zugekommen. Dann zählen die nicht dazu. Eines Tages wird... Oder erst mal rausgehen. Ne, ne, hier ist auch 117. Ja, dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt am besten noch Punkte bekommen. Wieso geht das nicht weiter? Und werden dann in der nächsten Folge nochmal was Altes wiederholen. Leider. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Bis dann! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.